Hallo Leute, ich habe heute wieder das Topmodel-Home-Story-Buch und ich habe mir nochmal was rausgesucht, was ich heute machen möchte. Und zwar, Luise möchte das Konzert besuchen, bei dem Talita auf der Bühne tanzt. Wirfst du ihr ein cooles Outfit? Und letztes Mal habe ich ja schon die Talita gemalt, wie die auf der Bühne ist. Und heute will ich dann für Luise ein hübsches Outfit malen. Und los geht's! Untertitelung. BR 2018 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 So, Luises Party Outfit ist fertig. Sie hat so einen blonden Zopf, also die Haare waren ja vorher schon so fertig. Und da habe ich ihr jetzt aber noch so einen Zopf zugemalt, weil die hat ja eigentlich lange Haare. Dann trägt sie roten Lippenstift, ein Oberteil, das so ein bisschen durchsichtig ist. Und da drunter sieht man, da hat sie so ein rotes Bandeau-Top. An den Seiten ist das Oberteil nicht durchsichtig, das ist nur so vorne durchsichtig. Und dazu trägt sie eine ganz enge schwarze Hose. Und an der schwarzen Hose sind hier außen alles so Fransen, so ganz kurze, abstehende Fransen. Dazu trägt sie so rote Plateauschuhe und noch ein paar kleine rote Accessoires. Wenn euch ihr Party-Outfit gefällt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Lust mal auf Do-It-Yourself-Inspiration vorbeizuschauen. Und da habe ich auch einen Instagram-Account, der heißt Kreative Ideen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir da auch mal ein Foto schicken, wenn ihr auch so ein Topmodel gemalt habt. Könnt ihr mir das da einfach schicken und da würde ich mich total darüber freuen. Ja, und sonst schaut doch unsere anderen Videos. Ich habe jetzt ja schon einige Topmodels gemalt. Abonniert unseren Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!